Zunächst mal, glaube ich, wird KI den Journalismus wahrscheinlich weniger verändern, als manch ein Journalist fürchten könnte. KI wird als Recherche, als Hilfstool zur vielleicht auch Kuratierung von Daten, Wissensmanagement, Aufbereitung von Daten, zum Monitoren von Social Media, zu all solchen Zwecken eingesetzt werden. Ich glaube nicht richtig für die, sagen wir mal, die journalistischen Kernaufgaben am Ende dieser Kette, also sagen wir mal das Schreiben von Texten oder das Skizzieren von Filmen und so weiter, das würde ich alles weiterhin beim Menschen sehen, aber die Maschine kann doch sehr viel bei der Vorbereitung helfen und ich sehe zum Beispiel ganz persönlich auch eine wirklich starke Rolle von Journalisten in der Zukunft sich mit den sozialen Medien zu beschäftigen, dort zu sehen, was wird dann diskutiert, welche Leute diskutieren da, an welchem Zeitpunkt war die Diskussion wo und dafür braucht man einfach heute zum Beispiel KI-Tools, weil es gar nicht mehr möglich ist, die ganzen einzelnen Threads und Diskussionen manuell auszuwerten. Insofern denke ich, wird sich dann die Rolle des Journalisten auch mit den Tools und Möglichkeiten schon ändern, aber vielleicht nicht ganz so dramatisch und auf eine nicht ganz so magische Art und Weise wie manche Leute vielleicht, wenn sie den Begriff künstliche Intelligenz für denken können. Musik